Die Flensburger Reederei FRS Sylt Fähre lädt alle BewohnerInnen mit Erstwohnsitz auf Sylt und alle ArbeitnehmerInnen auf Sylt auf eine Mini-Kreuzfahrt ein. Egal ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad, die Fahrt mit den beiden Fähren Sylt Express und Röm Express ist in der Zeit vom 20. bis 25. Juni für alle BewohnerInnen mit Erstwohnsitz und ArbeitnehmerInnen auf Sylt gratis. Die Reederei bedankt sich mit dieser Aktion für ihre Treue auch in der langen Zeit des Corona-Lockdowns. Zusätzlich erhalten alle Nutzer dieser Sonderaktion Rabattscheine für die Gastronomie und den Travel-Value-Shop. Die beiden Fähren der FRS Sylt Fähre pendeln im Stundentag zwischen List auf Sylt und Hornaby auf der Nachbarinsel Röm. Die Gratis-Mini-Kreuzfahrt der FRS Sylt Fähre ist täglich vom 20. bis 25. Juni möglich, dies auch gerne mehrmals im Aktionszeitraum. Als Berechtigung reicht die Vorlage des Personalausweises mit Erstwohnsitz auf Sylt oder eine Arbeitsbescheinigung eines Sylter Arbeitgebers am Fahrkartenschalter. Selbstverständlich gelten auf den beiden Sylt-Fähren und in den Häfen weiterhin die Corona-Hygienemaßnahmen inklusive Nutzung der Luca-App. Wer nur die Rundreise an Bord nutzt, kann die Mini-Kreuzfahrt ohne Corona-Test erleben. Für einen Besuch auf Röm ist ein negativer Schnelltest notwendig. Insulane erhalten auch weiterhin ganzjährig auf jeder Fahrt den PKW-Sonderpreis von 27 Euro für die Hin- und Rückfahrt inklusive aller Personen. Und bis zum nächsten Mal.